Hallo, hier ist Hund unterwegs. In diesem Video stellen wir Ihnen das Sportgeschirrsystem Omni Jore Joring der Firma Raffair vor. Mit diesem Geschirrsystem, für Sie und für den Hund, können Sie allen Autoaktivitäten nachgehen, bei denen der Hund mit dem Geschirr ziehen kann und Sie die Hände frei haben. Zum Beispiel Skifahren, Skaten, Joggen oder Bike Joring. Für den Geländelauf beim Turnierhundesport ist das Bauchgurtsystem mit Panikhaken und Gummifederung der Leine in Verbindung mit gepolstertem Geschirr für den Hund sogar Pflicht. Es gibt das Geschirr für den Hund in drei Größen, von 53 cm bis 123 cm Brustumfang. Die strategisch gut angebrachten Polster am Geschirr reiben dem Hund beim Ziehen nicht wund. Mit dem integrierten Haltegriff auf dem Rückenteil kann man, wenn es nötig ist, dem Hund auf seinem Weg über Hindernisse helfen. Die reflektierenden Zierleisten bieten mehr Sicherheit in der Dunkelheit. Und für das Baken Blinklicht ist eine Schlaufe vorgesehen. Auch bei diesem Zuggeschirr ist das Webmaster Harness Geschirr die Grundlage, welches an fünf Punkten exakt auf die genaue Körperform Ihres Hundes eingestellt werden kann. Die Zugleine aus schockabsorbierendem Material minimiert die Zugstöße des Hundes beim Ziehen und ist daher sehr rückenschonend für den Zweibeiner. Der Talon Clip bietet eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zwischen Geschirr und Leine. Der Hüftgurt für den Hundeführer ist eine komfortable, leichtgewichtige und eng anliegende Verbindung zur Zugleine. Die Beinschlaufen verhindern ein Verrutschen des Gürtels, sind aber abnehmbar. Der Gurt ist für einen Hüftumfang von 68 bis 123 cm geeignet. In die zwei praktischen kleinen Taschen rechts und links können alle für den Sport notwendigen Dinge gut untergebracht werden. Hinten ist eine integrierte Flaschenhalterung angebracht. Falls mal eine Notsituation eintritt, trennt die Panikleine den Hund innerhalb von Sekunden vom Hüftgurt. Bei Wettbewerben ist diese Sicherung Pflicht. Nach dem Sport kann alles in einer praktischen, mitgelieferten Tasche untergebracht werden. Innen gibt es eine genaue Anleitung, wie der Gurt und das Geschirr angelegt werden. Viel Spaß beim Joring, ob im Sommer oder im Winter, wünscht Ihnen Ihr Hund-Unterwegs-Team.